Musik 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 Jui Ich habe hier glaube ich einen Empfang. Sieht aus, als ob das Imperium gleich auftaucht. Musik Oh, wenn man immer vom Teufel spricht. Lord Vader. Ein Rebellenschiff, genau voraus. Sollen wir das Feuer eröffnen? Eröffnet das Feuer. Lord Vader, es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu können, aber... Unsere Batterien sind alle. Wie kann das passieren? Es scheint, als hätte einer wieder zu lange Teletubbies geguckt, Sir. Wenn ich diesen finde, werden wir ihn sofort bestrafen. Hey, Lord Vader. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr auch Teletubbies fern seid. Was? Nix, Lord Vader. Gar nix. Ich, ich meine... Wir sollten die Batterien aufladen. Hm. Gute Idee. Sorgt zum Todesstern. Batterien laden. Außerdem beginnt gleich meine Sendung. Äh, ich guck gern Stamos. Ähm. Jawohl, Lord Vader. Haben wir mehr Glück als Verstand? Das Imperium haut einfach so ab, ohne das Feuer zu eröffnen? Ich hab mich heute schon so drauf gefreut zu fighten. Tschui, was meinst du dazu? Uuuuh. 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 Uuuuh.